Ja, hier beginnt jetzt der Testvorlauf. Einer der vielen Testvorläufe für unser New World Economic Forum, wo hoffentlich alle Menschen, die einen Lösungsentwurf für Deutschland und die Welt haben, generell für Staaten haben, fürs Leben haben Lösungsentwürfe. Das können auch individuelle Lösungsentwürfe sein, wo die alle unzensiert, ohne jegliche Cancel Culture, alle an einen runden Tisch kommen und so lange miteinander, so lange im Fünf-Minuten-Takt den Redestab reihum weiterreichen, bis es zu Veränderungen bei den Wählern, bei den repräsentativen Wählerstichproben, bei den Zuschauern kommt, so, dass wir uns auf einen Minimalkonsens einigen. Dabei ist nicht gesagt, dass der beste Lösungsentwurf siegen wird, sondern es wird der siegen, den die Wählerinnen verstehen können. Und hier würden sie jetzt zum Beispiel mich sehen, mit Anzug und Krawatte vielleicht, ja, und da unten würden sie vielleicht, da unten hier jetzt, wo ist es, da unten würden sie vielleicht Sarah Wagenknecht und andere Personen sehen und so weiter, die da teilnehmen. Und das Thema ist ja heute auch, also, und ich bin heute leider der Einzige, also ich kann natürlich heute nur, ich vertrete den Lösungsentwurf, es fehlt also jetzt der runde Tisch und so weiter. Das kommt dann in den, erst später und samstags und montags haben wir dann wenigstens ein paar Leute und ein paar verschiedene Lösungsentwürfe zum Üben. Und übrigens läuft gleichzeitig ein Livestream mit, der dann aber wieder hinterher gelöscht wird, weil der nur in sehr schlechter Bildqualität möglich ist, weil wir uns ja nicht auskennen und deswegen jetzt gerade mit zwei Webcams arbeiten. Ja, und dann aber wie können wir Ukraine, Ukraine, also mein erster Beitrag heute würde dann also quasi sagen, ja, dieses, diese Ukraine-Krieg oder Konflikt, den hätte es gar nicht gegeben und würde es auf der Welt nicht geben, wenn wir in den letzten 400.000 Jahren sofort, als wir daran dachten, die Marktwirtschaft einzuführen, wenn wir da sofort Gemeinwohlökonomisches eingeführt hätten oder das, wofür ich plädiere. Ich plädiere von der Gruppe der Gemeinwohlökonomien für die GWO, die Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Und hätten wir in den letzten 400.000 Jahren nur diese GWO gehabt, also die Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung des Weltrates, dann gäbe es, hätte es Kriege gar nicht gegeben, denn wir waren damals pazifistisch, ja, also die, äh, sozusagen letztendlich, ähm, waren wir damals pazifistisch, warum, wieso, weshalb, ganz kurz nur. Also, na, wo ist es, so, ah, vor 13,8 Millionen Jahren, da waren wir noch so wie die Löwen und Gorillas drauf, Rivalen zu töten, Kinder zu töten und so weiter, um Platz für unsere eigenen Gene zu schaffen. Dann, in der Zeit entwickelten wir, hier war der Umbau abgeschlossen und wir verloren diese riesigen, tödlichen Eckzähne, die wir bei Löwen und Gorillas finden. Löwen brauchen sie natürlich auch weiterhin, weil sie ja jagen, Gorillas sind nicht jagende Lebewesen, brauchen also die Eckzähne nur zum Rivalen und Kinder töten, ne. Und wir verloren diese Eckzähne und hatten vor vier Millionen Jahren, waren also schon, hier fing es schon an, dass wir eigentlich konstruiert waren, als die Savannenbonobos, im Gegensatz zu den Urwaldbonobos, Pampaniskus, waren wir, also hier, damals, ja, Australopithecus, äh, Zinnen, wir waren wohl vom Namen her noch Australopithecus, unsere Urgroßeltern und haben dann, äh, uns ja weiterentwickelt, hier, ich glaube, wie war das, Homo habilis, äh, und dann, äh, ging es ja immer weiter, Homo erectus, äh, und dann hier ist ja das Übergangsfeld Homo erectus, Homo sapiens, da ist die Vollblüte des Savannenbonobos sicherlich erreicht gewesen und wir lebten pazifistisch wie die Bonobos, wenn wir andere Gruppen trafen, dann waren das eher Feste der Liebe und der Sexualität, und das liebevollen Kontaktes und wenn wir, wenn die, quasi, äh, der gesamte Raum, wo Menschen lebten, beziehungsweise genauso der gesamte Raum der Bonobos, wo Bonobos leben, quasi überzogen ist mit einem Netz von Gemeinschaften und wenn schon die eine Gemeinschaft, die Nachbargemeinschaften liebevoll behandelt, wie soll sie da auf die Idee kommen und sich ausrüsten dafür, dass sie plötzlich ferne Gemeinschaften, ferne Gruppenehen, Bonobo-Gruppenehen sozusagen tötet oder so, also Krieg ist eigentlich undenkbar in solch einer Geschichte und das heißt also, wir Menschen sind eigentlich durch und durch pazifistisch wie die Bonobos, wir sind eben die Savannenbonobos, im Gegensatz zu den Urwaldbonobos und beide waren wir pazifistisch. Durch welche Mechanismen hat aber denn die Marktwirtschaft es geschafft, dass wir heute den Ukraine-Krieg haben, dass überhaupt sowas möglich ist, sowas Wahnsinniges. Ja, das ist einfach gekommen. Ich schau mal gerade. Ja, in der Marktwirtschaft passieren zwei mehrere Dinge. Ja, also wir haben, wir haben sozusagen das Phänomen, das übrigens hier unten rechts an dem rundlichen Ding draufklicken, Wiedergabegeschwindigkeit erhöhen, macht Freude, weil ich ja so langsam rede. Das geht beim Livestream, glaube ich, nur sehr beschränkt. Ich weiß es nicht. Und das heißt also, hier haben wir das Phänomen. Die ersten Frühärzte und Frühhändler. Hier haben wir einen Früharzt und Frühhändler und der sagt die Wahrheit und sagt, toll, dass ihr in eurem Bonobo-kommunistischen Gruppen in so viel Sex habt, das macht starke Immunsysteme, lebt weiterhin so natürlich und toll, dass ihr nur Naturnahrung esst, denn nur die passt zu den Genen eures Stoffwechsels. Von Genen wussten die natürlich damals noch nichts. Ist klar. Ich mache das auch nur, ich unterstelle jetzt mal, Sie wüssten das schon. Aber also, das heißt, diese hier, diese Händler, Früharzt und Frühhändler empfahl weiterhin naturbelassene zum Stoffwechsel, zum Gen geformten Stoffwechsel passende Nahrung und die passende Lebens- und Liebesweise, sodass die Leute unheimlich gesund waren. Und er hat ihnen vielleicht nur diese gesunde Nahrung transportiert und dafür seine Belohnung bekommen als Frühhändler. Der hätte jetzt überleben können, wenn nicht eine Mutation im Geistigen aufgetaucht wäre und ein anderer Früharzt und Frühhändler zum Beispiel zwei Dinge glauben würde und dann gesagt hätte. Er erzählt einmal, Ja, vielleicht drei Dinge. Er erzählt einmal, Och ne, ihr könnt ruhig auch meine künstliche, später in Chemielaboren designte Kunstnahrung essen. Die ist genauso gesund wie das Natürliche. Und er glaubt seinen Irrtum wirklich. Und wir sprechen da von einem vorteilbringenden Irrtum. Denn wenn die Leute das auch glauben und Menschen sind nun mal das vertrauensseligste Lebewesen der Erde überhaupt, und dann kaufen sie ihm diese Kunstnahrung ab und werden natürlich krank dadurch im Laufe der Zeit. Denn diese Kunstnahrung ist natürlich nicht gesund. Aber er glaubt den Irrtum und der ist vorteilbringend. Wer kann jetzt also Nahrung ganz billig besorgen, während der ja einen Riesenaufwand hat, der muss ja immer Naturnahrung wachsen lassen oder liefern und transportieren und sammeln. Und wenn es echte Naturnahrung ist, dann ist es ja im Urkontext auch gewachsen und nicht in Monokulturen. Also viel Aufwand. Und der hat ganz kleinen Aufwand und macht deswegen viel mehr Gewinne und verdrängt dann diesen und lässt diesen aussterben. Sie sehen es, dass sich das hier ausblendet. Das ist zufällig so. Also der stirbt aus und der überlebt. Und besonders, weil er noch zwei andere große vorteilbringende Irrtümer glaubt. Der glaubt auch noch, hier, ach, eures Bonobos, eure viele Sexualität in euren Bonobo-Gruppen-Ehen. Hört auf damit. Das ist ja ekelhaft, widerlich. Oh, pui und so weiter. Und dann wird er ja krank und alles. Und dadurch unterdrücken die Menschen ihr Liebesleben, der Bonobo-Kommunismus zerfällt, weil die Männer natürlich nicht mehr weiterhin alles, was sie an Nahrung finden, den Frauen und Kindern schenken, wenn sie selbst nicht mehr belohnt werden durch Sexualität und die damit verbundene Chance, theoretische Chance, vielleicht Vater eines der nächsten Kinder werden zu können. Und dadurch zerfällt unser Bonobo-Kommunistisches-Gruppen-Ehen. Und der hier, der sagt ja, der Früharzt sagt ja, nein, ihr dürft nur monogam leben. Nur monogam. Das ist in Ordnung. Monogam ist in Ordnung, aber am besten nur Sex, um Kinder zu zeugen. Mehr nicht. Nein, nein, das ist alles andere stört. Ja, und dadurch werden die Leute natürlich konsumsüchtig und kaufen dann bei ihm und haben auch viel Zeit zu kaufen, weil sie ja keinen Sex mehr haben. Wie war das? Bonobos haben ungefähr 60 Mal so viel Sex wie der heutige durch die Marktwirtschaft sexuell unterdrückte Mensch. Ja, und dann haben wir noch eine Kommunikation. Zum Beispiel erzählt er plötzlich, glaubt er eine Geschichte, die gar nicht stimmt, nämlich, dass angeblich weit entfernt eine Gruppe, eine Bonobo-Gruppen-Ehe, Savannen-Bonobo-Gruppen-Ehe, die andere Savannen-Bonobo-Gruppen-Ehe überfallen hätte und totgeschlagen hätte. Und dann kriegen die Leute Angst und kaufen ihm seine Steinexte oder seine Frühwaffen sozusagen rasend ab und er wird auch zum erfolgreichsten Waffenhändler der Welt sozusagen erst einmal. Und die Leute erwägen dann auch, vielleicht sollten wir die Nachbargruppen lieber selber totschlagen, bevor die vielleicht wirklich uns totschlagen. Und schon kommen so kriegerische Gedanken in die Welt. Und heute ist es dann halt Ukraine, Gewalt als Lösung sozusagen. Und die entsprechenden vorteilbringenden Irrtümer. Und dann dieser Händler, Früharzt und Frühhändler, hat jetzt also drei vorteilbringende Irrtümer, kann unheimlich viel medizinische Behandlungen verkaufen, weil die Leute ja alle chronisch krank werden, unglücklich werden, konsumsüchtig, nach krankmachenden Dingen und dann auch noch Kriegslüstern. Dann kann er auch noch Behandlungen von Kriegsverletzten sozusagen verkaufen und so weiter. Und dadurch macht dieser Früharzt und Frühhändler, kann er ganz viele leibliche Nachfahren realisieren, ernähren und realisieren. Und hat zur Folge ganz viele geistige Schüler, die dann auch an den Universitäten ihre vorteilbringenden Irrtümer pseudowissenschaftlich lehren dürfen und so weiter. Und die ganze Welt, wir alle werden gehirngewaschen von all diesen vorteilbringenden Irrtümern. Und dadurch kommt es dann natürlich zu allen möglichen Kriegen und jetzt zu dem Ukraine-Konflikt. Ja, und wenn wir jetzt sofort die Gemeinwohl-ökonomischen Lösungsansätze, besonders die G, unsere GBO, wenn Sie ihr die wählen würdet, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, dann würde sich das hier sofort ändern. Nämlich dann würde geguckt, welche Schäden dieser Früharzt und dieser Arzt und Händler anrichtet. Und dann geben wir hier quasi finanzielle Bestrafungen rein. Und für die Wahrheitsorientierten geben wir finanzielle Belohnungen rein. Also das heißt, dass der entweder sofort von seinen vorteilbringenden Irrtümer aufgibt und den zu den jetzt vorteilbringenden Wahrheiten wechselt und sich alles umkehrt sozusagen. Oder der stirbt aus und rückt dahin und stirbt dann aus, wenn er an seinen vorteilbringenden Irrtümern festhält. Und dann rücken die Wahrheitsorientierten, die es in Ansätzen und Resten noch gibt, dahin. Und auf jeden Fall kriegen wir eine Evolution Richtung Wahrheit. Und die Wahrheitsträger, die uns Gutes tun, die werden finanziell ja belohnt. Und die begründen die neuen Dynastien und werden auch an den Hochuniversitäten gelehrt. Die Wahrheiten werden jetzt gelehrt. Und durch dieses Lehren der Wahrheiten transformiert sich die ganze Gesellschaft dann, vielleicht über die Hausarztgesundheitsgemeinschaften, kommt es dazu, dass dann wieder experimentiert wird mit den Bonobo-kommunistischen Gruppenehen und die ganze Welt dann wieder von einem Netz an Bonobo-kommunistischen Gruppenehen mit liebevollen pazifistischen Kontakten zu den jeweiligen Nachbarn überzogen ist und Krieg ist abgeschafft. Und dann haben wir vielleicht innerhalb weniger Jahre verschwindet Krieg von der Welt, weil sich das ja alles dann, weil wir ja auch alle Staaten der Erde in wenigen Monaten anleiten können, die entsprechenden Reformen durchzuführen. Und dann haben wir das Problem gelöst. Und zum Beispiel eine praktische Lösung, ja, ich könnte es sein hier, da zum Beispiel, wir könnten die Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme verwenden, zum Beispiel und dabei so Korrekturen einführen, so die Alterskorrekturformel und die Gesundheitsaufwandserwartungskurve wäre natürlich noch präziser, sodass man dann, also dass kein Händler oder kein Arzt irgendwelche schwierigen Menschen rausekeln möchte aus seinen Personengruppen, weil er quasi letztendlich für die chronisch Kranken oder die Schwerkranken immer mehr Geld verdienen kann, weil die ja haben ja eine hohe Gesundheitsaufwanderwartungskurve. Und der Arzt und der Supermarktleiter, beide werden sie ja nur danach beurteilt, was sie mit dem Ausgangsmaterial, das bei ihnen einkauft, anstellen. Und wenn sie schwerkranke Menschen durch gesündere Nahrung und durch ein gesünderes Kursangebot als Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaft, wenn man dann die Leute effizient aus Schwerkranken etwas weniger Schwerkranke macht, dann wird man ja schon dafür belohnt. Und so hätten wir dann also mit der Wohlfühlnoten, Wohlfühlstimme, wir würden ja natürlich auch allen Datenmissbrauch verbieten, damit die Menschen sich daran gewöhnen, dass Daten in Zukunft nur noch zum Wohle der Menschen und nicht mehr gegen die Menschen eingesetzt werden. Und diese Wohlfühlstimme, die geben sie natürlich direkt gegenüber dem Bundeswahlleiter ab. Und dem geben sie ja sowieso ihre Stimme. Und diese Stimme wäre ja so anonymisiert, dass der Bundeswahlleiter nur mitkriegt, in welchem Viertel, unter welchen tausend Leuten sie leben. Aber dadurch kann er nie feststellen, wer von den tausend Leuten sie sind, der sie gerade ihre Wohlfühlstimme-Veränderung abgeben. Zum Beispiel, weil sie gerade quasi im Supermarkt eingekauft haben, gegessen haben, dann Bauchschmerzen bekommen haben, weil ein verdorbenes Lebensmittel in dem Supermarkt war. Und dann kommt es dazu, dass eben durch diese Wohlfühlstimme und durch ihr Dranhalten ihres Kärtchens, ihrer Krankenversicherungseinkaufskärtchens an die Sensorik sozusagen wurde übermittelt. Aha, sie haben bezahlt in bar 30 Euro für Einkäufe und das ist die Zahlennummer so und so, die anonyme Nummer, Wählernummer so und so sozusagen. Und dann kommt das beim Bundeswahlleiter an und wenn sie dann drei Stunden später melden, dass sie ihr Wohlfühlen sich sehr stark verschlechtert hat, also eins, zwei, drei, ein bisschen verschlechtert, zwei mittelverschlechtert, drei extrem viel verschlechtert, nehmen wir mal an, sie übermitteln eine drei und andere, hundert andere Kunden dieses Supermarktleiters übermitteln das auch, dann werden dessen Gelder reduziert und er wird quasi finanziell bestraft dafür, dass da eben verseuchte Lebensmittel verkauft wurden, wofür er ja die Verantwortung hat. Vielleicht hat er die Kühlkrette unterbrochen oder was auch immer, oder sein Personal. Übrigens können wir natürlich auch, wir könnten jetzt sagen, dass wir nur die Ketten verantwortlich machen. Also das war jetzt zum Beispiel, wenn wir jeden Marktleiter und jede Praxisleiter, jeden Marktleiter zum Beispiel messen, dann haben wir natürlich viele Marktleiter. Wenn das aus irgendeinem Grunde, was ich nicht glaube, zu viele Daten sein sollten, dann nennen wir halt nur die Kettennamen, also Rewe, Lidl, Aldi und so weiter. Und gucken dann, was da passiert. Und reduzieren dann die Verdienstzuschüsse entsprechend, je nachdem, wenn dann, was weiß ich, irgendwo Bauchschmerzen oder verschlechtertes Wohlfühlen auftaucht. Oder allein dann wird geguckt, bei der Kette A, wie viele Krebskranke da durch deren Nahrung, auch durch deren Nahrung. Krebs entsteht natürlich aus tausend Gründen, aber auch sehr stark durch die Nahrung. Der Faktor ist mindestens 45 Prozent, der beim Krebs das Essen ausmacht. Also ist es dann auch gerechtfertigt, sozusagen das dann zurückzubeziehen auf den beliefernden Supermarkt, sozusagen Nahrung liefernden Supermarkt. Ja, und so lösen wir die Probleme, alle Probleme der Menschheit damit. Und auch die Waffenhändler, die Waffensparten, die kriegen natürlich auch keine Verdienstzuschüsse mehr, wenn es zum Krieg kommt. Denn die Waffenhändler werden umdefiniert als Friedensförderungs- und Friedenserhaltungskonzerne. Und wenn dann doch wieder Menschen sterben, ja, Tod bringt ja natürlich immer die schlechtesten Wohlfühlstimmen und drastische Veränderungen der Wohlfühlstimme und das über längere Zeit hinweg und so weiter. Und auf jeden Fall sozusagen rechnet es sich dann für Waffensparten nur noch, Krieg zu verhindern um jeden Preis. Aber sobald dann Menschen durch Gewalt sterben, gibt es wieder finanzielle Strafen quasi. Und das ist die Lösung. Ja, und dann stand da ja noch hier, was stand denn da noch? Tja, was stand denn hier noch? Also, jetzt habe ich also erklärt, wie die GWO, die Gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, ich bin ja leider heute allein am runden Tisch. Aber ich übe das halt, ich hätte jetzt halt immer wieder fünf Minuten gehabt und ich habe jetzt quasi erklärt, wie durch unseren Ansatz aus der Gruppe der Gemeinwohlökonomien, unsere GWO, also wir vielleicht innerhalb weniger Jahre Weltfrieden schaffen würden und wie es durch, wenn unser Ansatz schon seit 400.000 Jahren existiert hätte, es nie zum Krieg gekommen wäre, jedenfalls nicht in den letzten 400.000 Jahren. Und jetzt steht hier noch, dass ich auch noch einladen soll, die Redner und Zuschauer, also jetzt hier, wir können jeden Tag, können Sie mit dabei sein, auch montags und samstags sind wir sowieso ja immerhin, mindestens immer zu zweit, zu dritt, zu viert, ja, oder zu fünft. Und da können Sie als Redner Ihren Lösungsentwurf fürs bessere Leben vorstellen, egal ob das ein individueller, psychologischer Entwurf ist, ob Sie glauben, dass die Menschen selbst das Problem sind oder ob Sie glauben, dass das Wirtschaftssystem das Problem ist. Und eben als Zuschauer sind Sie auch eingeladen, dann immer dann montags, besonders montags und samstags schon jetzt bei den Übungsdurchlaufen mit dabei zu sein und Ihre Stimme abzugeben, Ihre Wahlstimme abzugeben, sodass wir schauen können, ob wir eine Wählerwanderung, ob die einzelnen Lösungsvorschläge zu einer Wählerwanderung führen. Ja, dann gehe ich jetzt mal wieder hier zurück. Ja, und jetzt habe ich noch hier einige Kurznachrichten vorzulesen. Bin mal gespannt, was ich noch so mache. Also hier, wie gesagt, da wäre ich ja zu sehen. So, jetzt lese ich noch mal ein bisschen vor hier. Gucken, was ich hier noch habe. Also, die Sozialsparten haben uns einer Gehirnwäsche unterzogen. Das Schlimmste, was wir auf der Welt haben, sind nicht die Gesundheitssparten und die Waffensparten, so schlimm sie auch sind. Das, was uns besonders in Deutschland, was alles zerstört, sind die Sozialsparten. Also die Nachfolge der Wohlfahrtssparten. Das heißt also, die Sozialsparten, was haben die mit uns gemacht? Die haben uns einer Gehirnwäsche durch vorteilbringende Irrtümer unterzogen. Jetzt muss ich mal gucken, hier habe ich die Sparten. Da oben stehen sie, die Sozialsparten. Das sind die gefährlichsten aller Welt. Tja, das sind die Sozialsparten. Dann kommen die Weltsozialsparten, die NGOs. Die kennen Sie vielleicht so als Battle-Organisationen auf der Straße, die Ihnen vorgaukeln, die Welt würde besser werden, wenn Sie sich von denen abzocken lassen. Die Nahrungssparten sind lebensgefährlich. Die Gesundheitssparten, die Waffensparten, alle sind sie lebensgefährlich, gerade aktuell. Genehmigen sich die Waffensparten einen kräftigen Schluck aus der Pulle, denn all das, was jetzt gerade verschossen wird, muss ja wieder neu gekauft werden. Und außerdem durch all die Bedrohungen werden jetzt überall wieder Waffenlieferungen bestellt und so weiter. Also gerade gibt es einen kräftigen Schluck aus der Pulle für all die Sparten. Alle Sparten sind lebensgefährlich für uns. Aber die Sozialsparten sind die schlimmsten, denn die haben uns glauben lassen, dass die Alphatiere einer Gemeinschaft, ich gucke gerade mal, wo ich das jetzt finde, vielleicht hier, die Alphatiere einer Gemeinschaft, hier haben wir eine Bonobo-kommunistische Gruppen-Ehe, oder heute Deutschland. Wir nehmen das jetzt mal als Deutschland. Und jetzt haben uns die Sozialspartler Glauben machen, die Alphatiere, die seien entbehrlich. Also die größten Schenker, also die größten Arbeitsplätze, die Milliardäre, die reichen, die reichen Unternehmerfamilien, die solche gut bezahlten Arbeitsplätze geschaffen haben, wie Mercedes-Arbeitsplätze. Die seien entbehrlich, die sind doch unwichtig. Denn jedes Kind, das neu geboren wird, das können wir mit ein bisschen Bildung zu einem Genie machen. Und die schaffen dann genauso viele Arbeitsplätze. Und jetzt, wir können also, ach, wir können eigentlich uns wenden gegen die ganzen Reichen und die Milliardäre. Wir können denen alles wegnehmen. Wir können denen drohen mit Steuererhöhung und denen alles Mögliche wegnehmen. Und das ist unerheblich. Faktisch führt das aber dazu, dass hier die Alpha Männer abwandern in andere Staaten und dort ihre gut bezahlten Mercedes-Arbeitsplätze mitnehmen und Deutschland dann ein Land der Arbeitslosen und Obdachlosen und der verelenden Armen und Elendigen wird. Und verarmt dadurch. Denn, nehmen wir mal an, die flüchten nicht, sondern wir besteuern die ganz hoch. Dann nehmen wir dieses hohe Geld, das nehmen wir in Behördenhand. Und dann entscheiden Behördenleute oder Politiker darüber. Und meine Prognose ist, die werden viel weniger Mercedes-Arbeitsplätze schaffen können, als diese Unternehmerfamilien, die über Jahrhunderte oft bewiesen haben, dass sie immer wieder gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen, auch wenn sie zwischendurch auch mal vielleicht viel konsumieren und so weiter. Aber das sei ihnen gegönnt. Dafür schaffen sie ja aber auch Wohlstand für alle sozusagen. Ja, aber diese Tendenz, also sozusagen, dass die Sozialsparten uns aufgehetzt haben und uns solche Ideen nahe gebracht haben, wie wir sie auch aus den marxistischen Interpretationen kennen, also so der Reiche als Ausbeuter, als böser Mehrwertabschöpfer und so weiter. All diese Dinge, die sind schädlich für uns. Deswegen muss ich an dieser Stelle auch Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine widersprechen sozusagen, weil wir eben sagen, nee, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also, ja, also das hätte ich eigentlich schon vorher sagen sollen, nämlich wir beim Weltrat Next Scientists for Future, wir haben alle anderen Lösungsentwürfe sorgfältig geprüft und uns dagegen entschieden. Eben aus den Gründen, die ich jetzt genannt habe, nämlich weil eben sozusagen hinter diesen Ideen, also wir als bodenständige Linke wollen ja auch die menschenfreundliche Gesellschaft, aber sozusagen die, wir sagen, es ist ein durch die Sozialsparten bedingter Irrtum der extremistischen Linken, die Alphatiere seien entbehrlich und wir könnten uns gegen diese Alphatiere, diese Top-Unternehmerfamilien wenden und die triezen, auf Teufel komm raus und dann würde die Welt besser werden. Nein, sie würde schlechter werden. Deutschland würde ärmlicher werden und wer würde profitieren als Einzige? Die Sozialspartler, weil die dann jetzt plötzlich ganze Armeen von arbeitslosen, obdachlosen, verwahrlosten Menschen zu betreuen haben. Das heißt, diese linksextremistische Tendenz, die Reichen zu attackieren oder gar umzubringen, die stammt eigentlich aus den Sozialsparten. Die wird multipliziert durch die Sozialspartler, denn die sind die einzigen, die dann am Ende davon profitieren, dass das ganze Land verwahrlost sozusagen und sich in lauter Sozialfälle behandelt. Und wenn dann sozusagen dieses Land geplündert ist und völlig arm ist und dann nichts mehr, sogar für Sozialspartler nichts mehr zu verdienen ist, dann gibt es ja noch viele andere Staaten, in die man als Sozialspartler auswandern kann und dann deren Staaten kaputt machen kann und in Sozialfälle verwandeln kann. Ja, und dann habe ich hier noch stehen, ja, also deswegen also unsere dringende Empfehlung, die reichen, Arbeitsplätze schaffenden Unternehmer und Unternehmerfamilien nicht mehr anzugreifen, sondern die wirklich schädlichen Seiten von Marktwirtschaft und Kapitalismus sofort gemeinsam zu beenden. Endlich gesunde Nahrung und gesundheitsförderliche präventive Krankheiten verhindernde sozusagen Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die eben für arm und reich ja alle ein besseres Leben herführen. Und die vor allem also die Glückszerstörung wieder rückgängig machen, was ja für Reiche entscheidend ist. Ja, bei denen ist es ja nicht eine Frage, ja, aber, ja, und dazu müssen wir auch die Rolle der Medien natürlich ganz anders verstehen, denn die heutige Glückszerstörung, ja, die läuft ja nicht mehr durch Märchenerzähler, sondern die Rolle der Märchenerzähler haben die Medien übernommen, ja, und ja, aber das schildere ich jetzt nicht nochmal ausführlich, wie das genau geht, das habe ich schon so oft geschildert. Ja, ja, letztendlich ist die, unsere GWO aus der Gruppe der Gemeinwohlökonomien, die ist best, aus unserer Sicht das beste Instrument, gemeinwohldienliches Tun häufiger zu machen. Also sie, sie kriegen heute ja nicht mehrere Angebote, sondern nur eins, aber dafür kriegen sie wenigstens dann aus unserer Sicht das Beste und das, was wir auch wirklich wählen sollten sowieso. Und die anderen Lösungsansätze sind sowieso eben die, da würde ich dann ja bei einem runden Tisch immer reihum immer wieder dann auch sagen, was die, warum wir uns gegen die von den anderen vertretenen Lösungsentwürfen entschieden haben, aufgrund welcher Argumente und Gründe. Ja, ja, und dann sozusagen will ich nochmal kurz daran erinnern, dass wir hier jetzt mittlerweile auch eine einfachere Bildungsreform haben, sodass wir also sozusagen, so wie wir die Geschäftsführer, also die Marktleiter bei Aldi, bei Rewe und bei Lidl und so weiter und die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschafts-Praxisleiter, Teamleiter sozusagen, immer als die Verantwortlichen sozusagen mehr oder weniger finanziell belohnen oder bestrafen. Genauso machen wir das dann auch mit den Bildungsleitern. Also zum Beispiel nehmen wir mal an, es gäbe jetzt in der Welt zehn Bildungskonzepte, die sich grundlegend unterscheiden, jedenfalls zehn Gruppen. Und dann hätten wir zum Beispiel in jeder Stadt zehn Bildungsteamleiter der verschiedenen Richtungen und die stellen sich ihre Teams an Lehrern zusammen und beschicken damit die Schulen und die Universitäten und alle anderen Bildungseinrichtungen, auch die Kitas und so weiter, sodass sich dann die Eltern auswählen können, in welche dieser zehn Richtungen in ihrer Stadt sie ihre Kinder entsenden wollen, an was sie vielleicht eher glauben. Und dann wird halt gemessen, welche Steuer- und Abgabenleistung diese Kinder dann erzielen, wenn sie dann in die Arbeit, also anfangen zu arbeiten. Und dann wird das bezogen auf die Bildungskonzepte beziehungsweise auf die einzelnen Geschäftsführer, also die Teamleiter, die jeweiligen wahrscheinlich irgendwelche Professoren, die dann eben diese Teamleiter darstellen. Und dann können wir sozusagen, so sind dann alle Lehrende hochmotiviert, wirklich für die Kinder das Bestmögliche überhaupt zu tun. und ja, das ist dann, ja, das ist dann der Weg. Also damit können wir auf eine einfache Weise, ohne so kompliziert wie wir früher unser Bildungsreformsystem hatten, so mit Faktorenanalyse und jeden einzelnen Lehrer zu messen, brauchen wir jetzt nicht mehr die einzelnen Lehrer miteinander zu vergleichen und zu erfassen, sondern nur noch diese unterschiedlichen Bildungskonzeptionen, so nach dem Motto, da können die Kinder durchaus, dürfen auch durchaus von Bildungskonzept zu Bildungskonzept wechseln, wenn die Eltern das wollen. Aber das ist überschaubar. Die Datenmenge ist nicht absolut riesig, sondern das kann man, man kann dann sagen, so und so viele Jahre hat dieses Kind bei dem Bildungskonzept gelernt, so und so viele Jahre bei dem Bildungskonzept gelernt. Und dann, ja, kann man also sozusagen feststellen, welches dieser unterschiedlichen Bildungskonzepte, bei welchen Bildungsteamleitern hat die größte Effizienz in Ermöglichungen von kreativen, innovativen Absolventen, die dann mit Kusshand genommen werden von den Unternehmern oder den Arbeitsplätzen, den Arbeitgebern mit Kusshand genommen werden und dann eben toll bezahlte Jobs bekommen. Ja, so viel das war. Also die Bildungsreform. Ja, das war es. Das war es. Und ja, und dann wird jetzt gleich der Livestream. Jetzt würden wir also, wenn wir jetzt das echte New World Economic Forum mit vielen Teilnehmern jetzt laufen hätten, dann könnten sie beim Livestream jetzt also noch ihre Wahlstimme abgeben. Aber natürlich nur die, sinnvollerweise nur die, die am Anfang eine Wahlstimme abgegeben haben, geben jetzt an oder teilen nur mit unverändert. Oder nur die Leute geben ab, bei denen sich was geändert hat. Die schreiben dann verändert von Wagenknecht zu GWO oder so. Oder von GWO zu Wagenknecht. Und so würden wir dann sehen, ob es überhaupt zu einer Wählerwanderung bei den Zuschauern gekommen ist, weil wir uns das ja nicht leisten können, jedes Mal von Allensbach für teures Geld eine repräsentative Wählerstichprobe zusammenstellen zu lassen, die dann ja auch noch die ganze Sendung sehen müssen und so weiter. Also ja, aber vielleicht würde es ja doch zu ganz kleinen Wählerwanderungen kommen. Ja, und jetzt beende ich also somit jetzt als erstes beende ich die Aufnahme dieser Sendung und danach, also tschüssi, bis bald. Wir üben demnächst immer diese Technik so wie jetzt. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.